So, herzlich willkommen zu unserem letzten Brief des Neuen Testaments. Da sind alle Briefe abgedeckt. Heute ist der Philippabrief dran und ich habe etwas salopp überschrieben mit Freude trotz Knast, weil Paulus diesen Brief, der so ein voller Freude voll ist, aus dem Gefängnis herausschreibt. Wir wollen zunächst mal einige Einleitungsfragen anschauen. Was für ein Brieftyp ist das eigentlich, Abfahrungszeitmäßig und Ort, wo gehört das hin? Der Philippabrief ist einer von insgesamt fünf Gefangenschaftsbriefen des Paulus, wobei vier sehr eng zusammengehören, weil die auch zeitlich sehr nah beieinander liegen und teilweise nur wenige Monate auseinander liegen, bis die abgefasst wurden. Das ist der Epheserbrief, Philippabrief, Kolosserbrief und Philemonbrief. Dann gibt es einen weiteren Gefangenschaftsbrief, den Paulus an seinem Lebensende geschrieben hat, den zweiten Timotheusbrief. Aber der gehört eigentlich zu den Pastoralbriefen, weil da ein Einzelpersonen geschrieben wurde. Und so, wenn man von den Gefangenschaftsbriefen des Paulus spricht, meint man eigentlich diese vier, Epheser, Philippabrief, Kolosser und Philemon. Nun, diese vier sind verfasst, dass sie sehr umstritten, wo die abgefasst wurden. Es gibt die Theorie, dass es teilweise aus Ephesus heraus, wo er einmal in meinem Gefängnis war, schrieb wurde, dann wären sie sehr, sehr früh. Aber hauptsächlich werden eigentlich nur diskutiert, ob sie in Caesarea, bei dieser Gefangenschaft in Caesarea sind, 58 bis 60 nach Christus, oder ob sie in seine erste römische Gefangenschaft gehören, 61 bis 63 nach Christus. Der Philippabrief wird auch beides diskutiert. Caesarea gibt es Argumente und für Rom gibt es auch Argumente. Die Mehrheit würde ihn mehr etwas später radieren, also in Rom abgefasst. Aber es ist nicht ganz sicher. Verfasser ist Paulus, als auf jeden Fall der Hauptverfasser. Das ist auch das Zeugnis der alten Kirche, was hier völlig einheitlich ist. Allerdings wird Timotheus als Mitverfasser erwähnt in Kapitel 1, Vers 1. Es schreiben Paulus und Timotheus. Und das ist der Fall bei mehreren Briefen des Paulus. Zweiter Gründerbrief, Kolosser, Philemon und Philipper. Diese vier Briefe hat Paulus zusammen mit Timotheus geschrieben. Und es gibt noch zwei weitere Briefe, nämlich den ersten und zweiten Thessalonicher Brief, den Paulus mit Silvanus zusammengeschrieben hat. Trotzdem ist unbestritten, dass Paulus natürlich der dominierende Teil ist und als der absolute Hauptverfasser hier fungiert und vielleicht nur ein sehr geringer Beitrag von den anderen dabei ist. Auf jeden Fall trägt der Philippabrief die klare Handschrift des Apostels Paulus und die Echtheit wird allgemein akzeptiert. Das gehört also zu den unwidersprochenen echten Paulusbriefen. Bei manchen wird da die Echtheit diskutiert leider. Allerdings gibt es auch hier eine Diskussion bei der Einleitungsthematik, nämlich ob hier bestimmte Teilungshypothesen zu berücksichtigen sind, denn man geht manchmal davon aus, dass der Philippabrief gar kein einheitlicher Brief ist, von Anfang bis Ende so als Brief geschrieben, sondern ein zusammengestückelter Brief ist, wo aus mehreren verschiedenen Briefen des Paulus dann der Philippabrief zusammengestellt wurde. Allerdings wären alle Bestandteile ursprünglich auch von Paulus verfasst. Aber das möchte ich hier heute einfach nicht diskutieren, ist es auch nicht sonderlich erquicklich. Wie kam es zum Philippabrief des Paulus? Und da möchte ich mal kurz ausholen und Revue passieren lassen. Auf der ersten Missionsreise des Paulus wurde er zusammen mit Barnabas ausgesandt durch den Heiligen Geist, wie es heißt, als die Gemeinde in Antiochien, im südischen Antiochien, gebetet und gefastet hat und einfach nach Wegweisung gesucht hat. Und da hat der Heilige Geist ihnen deutlich gemacht, dass praktisch zwei ihrer besten Mitarbeiter freigesetzt werden sollten für die Außenmission, für die Heidenmission. Und da hat sich dann Paulus und Barnabas, die waren die, die der Heilige Geist ausgewählt hatte, um dann in der Heidenmission zu dienen. Und bei der ersten Missionsreise war es noch so, dass Paulus eigentlich der Juniorpartner war und Barnabas, sein Onkel, der älter war, der ihn auch damals aus Tarsus geholt hatte, der hat hier die Führung, die klare Führungsposition inne. Die erste Missionsreise war verhältnismäßig kurz. Sie sind von Antiochien hier im Norden des, also am Nord-Ost-Sypfel des Mittelmeeres Antiochien, das ist das syrische Antiochien. Es gibt noch eins dann in Pisidien. Aber im syrischen Antiochien sind sie dann gestartet mit dem Schiff zunächst nach Baphos, auf Zypern und dann von dort nach Perge und zu Fuß weiter zu dem anderen Antiochien und in die Städte der südgaladischen Landschaft Iconium, Lystra, Derbe und dann wieder zurück nach Perge und mit dem Schiff dann direkt nach Antiochien. Also eine relativ kurze Reise und hier wurden einige Gemeinden gegründet. Dann bei der zweiten Missionsreise, als sie aufbrechen wollten nach einer gewissen Zeit, um als Ziel wahrheitlich nach den Glaubensbrüdern zu schauen, wo sie halt gemein gegründet haben, wie es denn jetzt so ergeht, ein, zwei Jahre später. Und da gab es leider ein Zerwürfnis zwischen Barnabas und Paulus wegen der Frage ihres Ex-Mitarbeiters Johannes Markus. Johannes Markus war mitgenommen, war dabei bei der ersten Missionsreise und hat sie aber dann im Stich gelassen in Pampylien und Paulus war so sauer, dass er, also den will ich nicht mehr dabei haben. Er hat sich total gegen Johannes Markus ausgesprochen und der Barnabas hätte ihn gerne dabei gehabt und ihm eine zweite Chance gegeben. Und die haben sich dann so zerstritten, Barnabas und Paulus, bei dieser Sache, dass tatsächlich aus diesem Missionsteam dann zwei Missionsteams wurden. Barnabas und Markus gehen dann nach Zypern und Paulus und hat sich einen anderen Mitarbeiter gesucht in Silas. Die gehen nach Norden in Richtung der anderen Gemeinden, die sie da bei der ersten Missionsreise gegründet hatten. So hat sich hier durch einen Streit unter den apostolischen Mitarbeitern hier dann die Mission in zwei Teams aufgespalten. Allerdings, Paulus und Silas sind mit dem Segen der Gemeinde gegangen, wie es heißt. Allerdings hat Barnabas auch nicht ganz Unrecht gehabt, dem Markus eine Chance zu geben, denn später, später im Verlauf des Lebens von Paulus sehen wir, dass Johannes Markus, den er so partout nicht dabei haben wollte, ihm später noch ein sehr wertvoller Mitarbeiter geworden ist. Sodass also, sagen wir mal so, diese seelsorgerliche Handhabung und der Umgang mit Johannes Markus ihm diese Chance zu geben von Barnabas, das war schon keine so schlechte Idee. Aber manchmal gibt es eben Zertrennung aus menschlichen Gründen und Zerwürfnissen und trotzdem geht es dann auch weiter im Reich Gottes. Bei dieser zweiten Missionsreise, die von Antiochen ausgestattet wurde, also die kam ursprünglich von diesem Apostelkonzil von Jerusalem her, dann verweilen sie eine Weile in Antiochen und dann ist dann Paulus eben mit Silas auf dem Landweg über Tarsus gegangen, wo er viele Jahre seines Lebens verbrachte, wo er auch geboren wurde und dann kam er über Derbe, Lystra, Iconium bis Antiochen und dann haben sie den Ruf bekommen, nach Europa zu kommen, der sogenannte mazedonische Ruf und an der Küste sehen wir hier am Mittelmeer die Troas und von Troas mit dem Schiff hinüber nach Neapolis und weiter etwa 15 Kilometer landeinwärts von Neapolis ist dann Philippi und das war die Stadt, wo Paulus dann in Europa zuerst dann missioniert hat und wo auch die erste Gemeinde in Europa gegründet wurde. In Neapolis sind sie nur weitergezogen nach Philippi und das ist der Grund, weshalb es überhaupt den Philippabrief gibt, weil Paulus im Rahmen seiner zweiten Missionsreise dann nach Philippi gekommen war. Diese zweite Missionsreise, wie schon erwähnt, zunächst wurden die Gemeinden der ersten Missionsreise besucht. Paulus hat dann unterwegs Timotheus rekrutiert zum Missionsdienst und dann kam dieser der mazedonische Ruf, wo Paulus und seinem Team klar war, dass sie nicht nach Osten oder nach Norden ziehen sollten, sondern dass sie Neuland in Europa in Angriff nehmen sollen und eben nach Mazedonien gehen sollten, weil dort die Menschen auf das Evangelium warten. Und das hat die Geschichte total verändert. Wer weiß, wie ganz anders verlaufen die europäische Geschichte, wenn Paulus damals nicht das Evangelium nach Europa gebracht hätte. Am Hafen Nikapolis waren sie nur ausgestiegen und dann weiter zu Fuß nach Philippi gegangen und dazu einige Informationen. Philippi war eine relativ junge Stadt, also noch nicht so alt. Die war als 4 vor Christus gegründet worden durch Philippus, den Vater Alexanders des Großen, Entschuldigung, nicht 4 vor Christus, im 4. Jahrhundert vor Christus, war doch schon ein bisschen älter. Also im 4. Jahrhundert vor Christus wurde die Stadt Philippi durch Philippus, den Vater von Alexander dem Großen, gegründet. Aber seit 42 nach Christus, und das ist erst sehr frisch, 42 nach Christus wurde diese Stadt Philippi zu einer römischen Kolonie und sie war dann zu diesem Zeitpunkt die wichtigste und bedeutendste Stadt von ganz Ostmazedonien. Etwa 15 Kilometer nordwestlich der Hafenstadt Neapolis, landeinwärts gelegen, war sie von daher ein bisschen abseits von dem Weltverkehr. Die Bewohner waren Griechen, aber eben auch römische Veteranen und es gab einige wenige Juden, wie wir in Apostelgeschichte 16, Vers 13 erfahren. Als erstes bekehrte sich eine Frau, die Lydia, eine Pulpukrämerin, und dann gab es die Begebenheit mit dieser Frau mit dem Wahrsagegeist, die immer hinter Paulus herrief, das sind Männer Gottes, die sollte er hören. Und das war dem Paulus lästig, er wollte da nicht durch so eine okkult belastete Frau quasi Propaganda haben und hat dann den Wahrsagegeist dieser Frau ausgetrieben, sehr zum Ärger der Leute, die mit diesen Wahrsagefähigkeiten der Frau Geschäfte gemacht hatten. Und es kam dann dazu, dass Paulus geschlagen wurde, ins Gefängnis geworfen wurde, zusammen mit Paulus und Silas. Dort haben sie aber nicht Trübsal geblasen, sondern haben eine Lobpreissitzung abgehalten im Mitternacht und haben Gott Loblieder gesungen und gedankt und gebetet. Und Gott hat dann ein Wunder gewirkt und sie wundersam aus dem Gefängnis befreit. In diesem Zusammenhang kam es dann zur Bekehrung des Kerkermeisters von Philippi mit seiner ganzen Familie und die Taufe noch mitten in der Nacht. Und dann kam es sogar zu einem versöhnlichen Abschied aus Philippi, in dem die Stadtobersten also ein bisschen eingelenkt haben und um Verzeihung gebeten haben, dass sie hier römische Bürger ohne Verhandlung, ohne Gerichtsurteil geschlagen haben und ins Gefängnis geworfen haben. Das war durchaus illegal. Und da haben sie gedacht, da kriegen sie jetzt riesen Ärger und haben dann ein bisschen auch versöhnlich gemacht und den Paulus dann befreit aus dem Gefängnis, dass sie wieder heim weiter durften und aber auch gesagt, er soll die Stadt verlassen, was er auch wollte, weil er weiter missionieren wollte. Aber so ist das Evangelium auf sehr turbulente Weise, würde ich mal sagen, nach Philippi gelangt. Empfänger dieses Briefes sind zunächst mal die Gemeindeglieder selbst. Die werden genannt die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. So eine Standardformulierung, wie Paulus das bringt, um Empfänger in den einzelnen Orten zu benennen. Auffällig ist hier, dass auch ausdrücklich noch die Älteste und Diakone in der Gemeinde erwähnt werden. Offenbar sind die schon eingesetzt und das heißt hier, an alle Gläubigen oder Heiligen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Dass es Älteste und Diakone gibt, wussten wir schon nach anderen Stellen, aber dass sie in der Anschrift eines Briefes erwähnt werden, aus Extra, das ist ungewöhnlich und hat vielleicht ein bisschen mit der Geldspende zu tun, die er durch diese Gemeinde bekommen hat, die wahrscheinlich von den Ältesten und Diakonen organisiert wurde. Die besondere Beziehung dieser Gemeinde zu Paulus war wirklich stark. Einmal durch diese sehr interessante Gemeindeentstehung, die ich schon ein bisschen beschrieben habe, aber besonders war, dass die Philippa immer wieder zur finanziellen Unterstützung von Paulus beigetragen haben und ihm mehrfach haben Geld zukommen lassen. Und sie haben einfach eine sehr enge, herzliche Verbindung zu ihm gehabt und waren sehr interessiert, wie es mit seiner Mission geht. Deswegen waren auch viele Kontakte hin und her. Und Epaphroditus, der aus Philippi war, war auch immer wieder hin und her gependelt, hat dann Briefe auch überbracht. Paulus hat auch einmal erwogen, Timotheus oder erweckt auch, Timotheus nach Philippi zu senden und hofft auf sein eigenes Kommen nach seiner Haftentlassung. So sehen wir, dass er immer wieder Gelegenheiten nutzte, wenn es irgendwie möglich war, auch in Philippi vorbeizuschauen, die Gemeinde zu besuchen, weil er einfach ein enges, besonders herzliches Verhältnis zu ihm hatte. Diese enge, herzliche Verhältnis wird am Ende des Buches, des Briefes deutlich, wenn wir seinen Dankbrief für die Spende lesen. Es war auch eine Gemeinde, die innerlich sehr reich war und obwohl bei der Gemeindenstehung Entstehung gab es allerhand Nöte, aber sie hat sich sehr gut entwickelt und Paulus hat ihnen auch klargemacht, dass Leiden einfach bei Christsein auch dazugehört und dass man eben dann aber auch Gottes Hilfe erfahren kann im Leiden. Die geografische Ausstrahlung von Philippi selbst war sicherlich begrenzt, denn die geografische Lage war dann nicht sonderlich günstig, von da aus jetzt groß Missionen zu betreiben, hat aber auch den Vorteil gehabt, dass nicht jeder Gefährten der Einfluss und jede Irrlere, die in den Großstädten unterwegs war, die an der Küste sind, dann sofort nach Philippi kam. Der Brief hat offensichtlich fünf verschiedene Absichten, die Paulus auch sehr gut erreicht und man kann fast den Brief auch ein bisschen danach gliedern, weil er einfach praktisch eine eins nach dem anderen so abarbeitet in diesem Brief. Er hat gehört, dass die Gemeinde sich seinetwegen sehr viel Sorgen machte und deswegen auch den Epaphroditus gesandt hatte und er tröstet dann die Gemeinde im Blick auf die Besorgen, die sie hatten wegen der Gefangenschaft des Paulus. Ja, es ist unklar, ob die Gefangenschaft in Rom ist oder in Caesarea, aber sie hatten das mitbekommen, dass er im Gefängnis sitzt, waren sehr besorgt und ein Zweck des Briefes ist, die Gemeinde zu beruhigen und zu sagen, es sieht eigentlich ganz, ganz gut aus und vor allem der Herr wirkt auch, wenn ich im Gefängnis bin und wir werden dann diese Stellen lesen, was er da der Gemeinde Trostreiches sagen kann, wie das doch alles auch zum Guten noch sogar mitwirkt. Aber diese Besorgnis der Gemeinde, das hat er ernst genommen und er versucht, diese Besorgnis etwas zu zerstreuen, indem er sie da einfach informiert. Dann die Gemeinde hat so keine so ganz groben Fehler, wie das mein Ding in der gründlichen Gemeinde war, wo es sehr viele Missstände gab, die zu bearbeiten waren. So große Missstände gibt es da nicht in Philippi, aber man kann immer noch die Gemeinde optimieren. Also Luft nach oben gibt es immer und das sehen wir auch bei Paulus im Philippabrief, dass da Luft nach oben ist. Wenn wir da mal einige Verse anlesen in Kapitel 2, dann sehen wir, dass da schon sehr viel Positives zu sagen ist über diese Gemeinde. Aber Paulus sieht einen Punkt, wo er gerne noch optimieren möchte, aber nicht nur optimieren, sondern auch geistlich fokussieren. Und das wird hier in Kapitel 2, 1 bis 4 deutlich. Ich lese es mal hier nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt? Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist? Ein herzliches Erbarmen? Davon geht er aus, dass das alles da ist. Das ist alles da. Ermutigung, Christus zu folgen, ein tröstendes Zuspruch, herzliche Liebe, eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist geprägt ist und geeint ist. Ein herzliches Erbarmen gegen sich. Also es ist sehr viel Gutes da in dieser Gemeinde. Und dann sagt er, da gibt es noch ein Sahnehäubchen, das könnte man noch oben draufsetzen. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Als ich selbst zurücknehme, andere höher achten. Und eben diese Einstellung zu haben, zusammenzustehen. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Und dann malt er in Jesus vor Augen, mit welcher Einstellung Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und diese Einstellung sollen sie als Christen auch haben. Also da ist vieles da. Positiv in der Gemeinde. Aber es gibt immer noch etwas Optimierungsmöglichkeiten. Dann eine weitere Absicht des Briefes ist Information. Und zwar Ebafras, der gesandt wurde von der Gemeinde Philippe, um sich nach ihm zu erkundigen. Der ist dann krank geworden, schwer krank sogar. Paul sagt, er war dem Tode nahe, ist aber jetzt wieder gesund geworden. Und er will ihn deswegen auch zurücksenden, dass sie ihm eine Auskunft geben. Aber er will jetzt schon mal sagen, dass er, dass die Sorge um Ebafras, die sie sich gemacht haben, weil sie gehört hatten, dass er krank geworden war, dann totkrank geworden war, dass die zerstreut wird, diese Sorge. Deswegen informiert er über die Genesung und die baldige Sendung von Ebafras. Zwei konkrete Gemeindeprobleme werden behandelt. Das eine von außen und das andere ist ein kleineres Problem im Inneren. Einmal von außen ist die Gefahr der Gesetzlosigkeit, der Gesetzlichkeit, die Gefahr der Gesetzlichkeit durch judaistische Irrlehrer, die also reinkommen und die Philippa-Gemeinde Baksch wieder knechten wollen und wieder irgendwie um das Gesetz unterwerfen wollen. Und da sieht Paulus große Gefahr und will da massive Riegel vorschieben, dass das nicht geschieht. Dass es also dann nicht auf fruchtbaren Boden fällt, wenn dann diese jüdischen Gesetzlehrer kommen und die Christen wieder auf das Gesetz einschwören möchten. Das ist das eine Problem. Da geht es mehr darum, prophylaktisch zu arbeiten, damit das erst gar nicht Fuß fasst in der Gemeinde. Das zweite Problem, das ist ein kleineres Problem, was besteht, wo zwei Frauen, die verdiente Mitarbeiterinnen sind in der Gemeinde und auch für Paulus, dass die Streit miteinander haben und da nicht klarkommen. Weil es gibt es auch, dass gläubige Mitarbeiter, verdiente Leute im Reich Gottes, dass die miteinander mal in Streit geraten können. Und hier gibt Paulus dann Anweisungen, wie dieser Streit behoben werden kann. Und eine vierte Absicht, fünfte Absicht des Briefes, das ist, dass er sich einfach bedanken möchte. Das ist also auch ein Teil, ein Dankschreiben, vor allem am Ende des Briefes, wo Paulus sich herzlich bedankt über die Geldspende, die er erhalten hat von der Gemeinde. Und das werden wir uns auch noch näher anschauen, diese Sachen. Aber das sind diese fünf Absichten. Trost für die Gemeinde wegen ihrer Sorgen um Paulus. Er will manches geistlich optimieren. Er will über Effafras informieren, diese zwei Probleme Gesetzlichkeit und Streit in der Gemeinde anpacken und Dank für Geldspende aussprechen. Die Besonderheiten des Briefes ist, dass er ein sehr persönlicher Brief ist, ohne große dogmatische Lehraussagen. Das ist minimal das dogmatische. Der ganze Brief ist herzlich und sehr persönlich gehalten. Das trägt eben den besonderen Freundschaftsverhältnis, das Paulus gerade mit der Gemeinde Philippi hat. Er sagt, ich habe kein so ein inniges Verhältnis mit keiner Gemeinde wie mit euch. Dieses besonderen Freundschaftsverhältnis zwischen Paulus und dieser Gemeinde trägt dieser Stil Rechnung, dieses persönliches Schreiben. Mehr als 50 Mal benutzt Paulus die Ich-Form. Sagt Ich. Ja, spricht von sich. Das ist also sehr persönlich. Das ist kein Lehrbrief. Das ist ein sehr persönliches Schreiben zwischen Paulus und seiner Gemeinde, mit der er besonders eng verbunden ist, geistlich. Darüber hinaus ist der Philippabrief vermutlich das einzige Dokument, das die kurzen Angaben in Apostel 28 Vers 30, also was er da macht. Apostel 28 endet er mit, dass Paulus in Hausarrest ist und da mit den Ältesten von den Synagogen der jüdischen Gemeinden zusammenkommt, ihn das Evangelium erläutert. All dieser Aufenthalt in Rom, wo er dann diesen Hausarrest hat. Und wenn der Philippabrief aus Rom heraus geschrieben ist, dann haben wir hier inhaltlich eine ziemlich interessante Ergänzung zu dieser römischen Gefangenschaft. Wenn dieser Brief natürlich in Caesarea geschrieben ist, dann führt er nicht über Apostel 28 hinaus. Also sehr persönlicher Brief mit den minimalen doch margen der Aussagen und vielleicht auch historischen Ergänzungen im Anschluss an Apostel 28. Dann die Nennung von Aufsehern und Diakonen ist auffallend, dass die im Briefeingang ausdrücklich erwähnt werden. Das ist aber trotzdem interessant, weil es bestätigt, dass diese Ämter schon sehr früh in den 50er oder 60er Jahren natürlich vorhanden waren in den Gemeinden, also keine spätere Erfindung wären, sondern dass sie von Anfang an praktisch da waren und es immer das Bestreben der Apostel war, wenn sie Gemeinden gegründet hatten, dann auch Älteste einzusetzen und oder auch Diakone einzusetzen und vor allem, dass dann die Gemeinde autark ist und in sich überlebensfähig ist, weil sie eine Führungsstruktur hat durch Älteste und Diakone. Plural ist sehr wichtig, also keine One-Man-Show, sondern die Gemeinden sind immer von einem Team geführt, von Ältesten, die geistliche Leitung und die Diakone haben dann praktische Aufgaben. Ein weiterer Grund, warum die Aufsehern und Diakone vielleicht ausdrücklich erwähnt werden in diesem Briefeingang, ist, dass sie wahrscheinlich die Sammlung und Übersendung der Geldgaben an Paulus überwacht haben und organisiert haben. Von daher, dass er ganz bewusst sie erwähnt, gleich beim Eingang, sodass wenn der Brief verlesen wird in der Gemeinde, dass sie gleich dann angesprochen werden. Ein nächster Besonderheit des Briefes ist dieser Christushymnus in Kapitel 2, der also ein großartiger Hymnus ist auf Christus, auf seine Bedeutung, in so einer Dreiergliederung im Himmel, auf Erden und dann auch wieder die Erhöhung Christi. Vielleicht hat Paulus diesen selbst entwickelt, möglicherweise, durchaus wahrscheinlich und auch überhaupt kein Problem, dass dieser Christushymnus, der in Kapitel 2 Vers 6 bis 11 steht, dass der allgemein gut war und dass der vielen Christen auch bekannt war als Text, als Liedtext, als Christushymne. Aber nicht nur dieser Christushymnus findet sich in diesem Brief, sondern immer wieder auch eine christologische Betonung. Also Paulus ist sehr Christus zentriert in seinem Denken und auch in seinen ethischen Anweisungen, tut er alles immer versuchen, von Christus her zu begründen. Also Paulus ist durch und durch Christus zentriert in seinem Denken und Lehren. Deswegen wundert es nicht, dass es auch dort, wo so ein persönlicher Brief ist, mit so minimalen dogmatischen Lehraussagen, wo fast nichts vorkommt, dass er dort immer wieder von Christus spricht und zwar in sehr markanter Weise. Ja, wir schauen uns mal diesen Christushymnus an. Da ist diese, er sagt, diese Einstellung, die sollt ihr haben, die auch Jesus Christus hatte. Und welche Einstellung hatte Christus? Und das wird in diesem Christushymnus wunderbar deutlich. Er war genauso wie Gott oder Gott gleich, der Gott gleich war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er ist nicht wie so ein Raub festgehalten. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Also obwohl er wie Gott war, hat er das alles abgelegt, nicht krampfhaft daran festgehalten. Er hat das alles abgelegt und wurde einem Sklaven, der nicht mal über sich selbst verfügt, gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Es war allgemein bekannt, dass er ein Mensch ist. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott. Also ohne Rücksicht auf eigene Verluste sozusagen. Er hat sich selbst erniedrigt, aber darin Gott gehorcht. Und der Gehorsam gegenüber Gott war so stark, dass es egal war, wenn er dabei erniedrigt wird. Diese Gesinnung soll auch in uns sein, dass es uns egal ist, wenn wir erniedrigt werden, wenn wir nur Gott gehorsam sein können dabei. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Also Kreuzestod war immer Verbrechertod. Und zwar nur Schwerverbrecher durften und Aufrührer durften gekreuzigt werden. Und diese Erniedrigung nicht nur, dass er Mensch wurde, sondern dass er sich so erniedrigte, dass er sogar als Mensch einen Verbrechertod starb. Das ist, also tiefer geht es eigentlich nicht. Und weil er bereit war, aufgrund des Gehorsams gegenüber Gott sich so selbst zurückzunehmen, sich so zu erniedrigen, ja selbst diesen Verbrechertod anzunehmen, unschuldigerweise natürlich, ja. Heißt es, darum hat Gott ihn über alles erhöht. Also durch die Selbsterniedrigung wurde er über alles erhöht. Und diese Gesinnung soll auch in den Philippern sein, auch soll in uns sein, dass wir bereit sind, Gott zu gehorchen, koste es, was es wolle, dass wir bereit sind, uns auch selbst zurückzunehmen und selbst erniedrigen, zu lassen, zu erniedrigen. Und Gott wird uns dann mit Christus auch erhöhen. Und so ist es mit Christus. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Jesu höchster Name. Es gibt keinen höheren Namen als den Namen Jesus. Und das begründet auch mit, warum ist es der höchste Name? Warum gibt es keinen höheren Namen als den Namen Jesu? Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt. Also alle Knie müssen sich vor dem Namen Jesu niederknien. Auch alle Angehörige von anderen Religionen, alle Atheisten, ja, alle Namenschristen, alle, alle Menschen müssen sich eines Tages niederbeugen. Jedes Knie wird sie gebeugt. Nicht nur von Menschen, sondern von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Also im Totenreich. Also Himmelswesen, Menschen, Gestorbene im Totenreich. Jeder, weil sie auferweckt werden, wird sein Knie beugen. Und das zeigt also die maximale Erhöhung, die Jesus erfahren hat. Und jeder Mund wird anerkennen. Jeder Mund, keine Ausnahme. Die einen werden es dankbar aussprechen und sagen, ja, Halleluja, so ist es. Jesus Christus ist der Herr. Und die anderen werden sagen, Jesus Christus ist der Herr. Wir müssen es zugeben. Jesus Christus ist der Herr. Wir haben ihn nicht geachtet, haben ihn nicht verehrt, haben ihn nicht geglaubt, aber er ist trotzdem der Herr. Und jetzt sehen wir es ein. Aber jetzt ist es zu spät. Also manchen wird es notgedrungen bekennen müssen und die anderen mit Freude bekennen dürfen. Jesus Christus ist der Herr. Und auf diese Art und Weise, als alle dann Jesus als den Herrn bekennen, wird Gott, der Vater, geehrt. Aber um diese Gesinnung geht es. Und das wünscht sich Paulus, dass sie viel lieber diese Gesinnung lernen und annehmen, die Jesus hat, sich selbst zurücknehmen, sogar maximal zurücknehmen, um des Gehorsames Gottes gegenüber Willen und auch für die anderen Willen. Weil der Tod Jesu am Kreuz war ja nicht selbst weckt, dass er erhöht wird, sondern der Tod Jesu am Kreuz war vor allem ein Dienst an den Menschen, damit sie errettet werden können. Und deswegen hat Gott ihn auch erhöht. Ja, es war also keine Sprache, ich erniedrige mich, damit ich errettet werde. Nein, ich erniedrige mich, weil es der einzige Weg ist, dass der andere gerettet wird. Und deswegen hat Gott ihn erhöht. Sollen auch wir, wenn wir uns erniedrigen, nicht da, wie soll ich sagen, spekulieren? Und so wie so ein Deal, jetzt erniedrige ich mich ein paar Zentimeter, damit ich noch mehr erhöht werde? Nein, sondern erniedrigen, um gehorsam Willen und um anderen Menschen zu dienen. Ja. Paulus hätte es viel bequemer haben können, wenn er nicht ein bisschen nah gewesen wäre, ein bequemes Leben führen können. Er war wohlhabend, er war stark, er hätte ein bequemes Leben führen können, aber er wollte kein selbstsüchtiges Leben führen. Nachdem Jesus ihn gepackt hat und errettet hat, da gab es nur noch eins, Christus ist mein Leben. Ja. Und das hat auch bedeutet, dass viele ihm dann Schaden zugefügt haben und er hat viel gelitten und so weiter. Aber die Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen, die kann er von Jesus lernen. Jesus hat es vorgemacht, er hat sich selbst total zurückgenommen und hat so ein Segen gewirkt durch sein Tod am Kreuz und Gott hat ihn dafür über alle Namen erhoben. Also, das ist so eine Besonderheit, dieser Christushymnus ist also ein sehr, sehr starker christologischer Text, einer der Höhepunkte der Christologie des Neuen Testaments. Dann ist es ein Brief der Freude. Ja, vielleicht noch ein Satz hier von Godet, das ist ein sehr schönes Zitat. Warum macht Paulus das so, dass er sagt, nehm die Gesinnung von Christus an? Warum wird Christus als Vorbild gewählt? Und Godet, der bekannte Bibelausleger, hat einen sehr schönen Satz dazu gesagt. Er sagte, Paulus wusste aus eigener Erfahrung, dass es nur ein Mittel gibt, um das eigene Ich im natürlichen Menschenherzen zu entthronen. Die einzige Möglichkeit, dass das Ich, das Ego, das jeder Mensch hat, und das unheimlich stark ist, natürlich, natürlicherweise ist es ein starkes Ego, das jeder Mensch hat. Das Ego kommt nur auf eine Weise vom Thron runter, und dass Christus auf den Thron kommt. Nämlich, also das eine Mittel, um das eigene Ich im natürlichen Menschenherzen zu entthronen, ist das, dass man dem Menschen den Gottessohn vor Augen hält, der freiwillig den göttlichen Thron verlassen hat, um bis in die tiefsten Tiefen des menschlichen Abgrundes hinunter zu steigen. Und wenn ich sehe, wie Christus den Himmelsthron verlassen hat und sich erniedrigt hat, um uns zu retten, das ist die Kraft, die hilft, mein Ego zu entthronen, damit mein Leben etwas wird, wo Christus regiert und wo er mich gebraucht, als ein Werkzeug, um Menschen zu retten. Also ein sehr interessanter Gedanke. Und Paulus malt den Philippinen in einzigartiger Weise Christus vor Augen in diesem Brief, indem er ihn in seinem berühmten Hymnus, den haben wir gerade gelesen, in seiner Göttlichkeit, Kapitel 2, Vers 6a, in seiner Gottgleichheit, 2, Vers 6b, in seiner Menschwerdung, 2, Vers 7, in seinem Sterben, 2, Vers 8, in seiner Herrlichkeit, 2, Vers 9 und seinem Herrscherrecht, 2, Vers 10 bis 11, beschreibt. Aber nicht nur in dem Christushymnus wird Christus vor Augen gemalt, sondern darüber hinaus verkündigt Paulus Christi Auferstehung, Kapitel 3, Vers 10. Er spricht von der Wiederkunft Christi, 3, Vers 20 und betrachtet Christus als Anfang und Ende meines Glaubenslebens, in 1, Vers 6. Er sagt, Christus ist meine Gerechtigkeit, 3, Vers 9. Christus ist mein Leben, 1, Vers 21. Er ist meine höchste Erkenntnis, 3, Vers 8. Er ist meine Kraft, 4, Vers 13. Mein Ziel, 3, Vers 14. Meine Freude, 4, Vers 4. Meine Hoffnung, 3, Vers 20 und 21. Mein Reichtum, 4, Vers 19. Mein Gewinn, 3, Vers 8. Und mein Friede, 4, Vers 7. Summa summarum, Christus ist alles für ihn. Alles und in allem. Und diese Christus-Betonung, das ist typisch von Paulus und die kommt einfach immer durch, dass er immer von Christus spricht, dass es immer um Christus geht und dass er weiß, wer Christus ist und was er an Christus hat und dass es sein Denken und sein Herz so durchdrungen, dass es so ganz selbstverständlich, ohne groß überlegen zu müssen, einfach überall einfließt, auch wenn er einen ganz persönlichen, undogmatischen Brief an seine Philippa schreibt, die er gern hat, die ihn lieben, wo es keine sonderlichen großen Probleme gibt, vor allem keine Konflikte zwischen ihm und den Philippa, wo alles da paletti ist, kommt so stark Christus durch, durch alle Ritzen und Poren. Und das zeigt einfach eine hohe geistliche Reife des Paulus. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann werden wir auch Paulus ähnlicher, ein Stück weit, und wir werden Jesus immer mehr erheben und wird immer mehr in unserem Reden und Denken zentral sein. All das ist sehr besonders hier, weil es in diesem kurzen persönlichen Brief so stark zum Tragen kommt, diese Christus-Betonung. Es ist ein Brief der Freude. Der Philippa-Brief ist so recht bekannt als Brief der Freude. Nicht weniger als 16 Mal in diesen vier Kapiteln erklingen in diesem Brief die Worte Freude, sich freuen, Freude im Gebet über die Christusverkündigung, in der Hoffnung, Freude im Glauben, Freude über die Einigkeit, Freude im Aufopfern, Freude beim Wiedersehen, in der Gastfreundschaft, Freude im Herrn an zwei Stellen, Freude im Geben und Nehmen, Freude an den Brüdern und überhaupt zu jeder Zeit sich freuen. Und bedenkt man, dass Paulus diese Freuden im Bistel, wo so viel von Freude die Rede ist, wie gesagt 16 Mal, dass er die direkt aus dem Gefängnis schreit, aus dem Knast. Und angesichts auch von Widerständen aus christlichen Kreisen, die er da auch erfährt im Gefängnis, dann verleiht er seinen Worten noch mehr Gewicht, sich alle Zeit zu freuen. Ein Brief der Freude. Er betont auch, dass ein Sein der Gläubigen, das spielt eine große wichtige Rolle in diesem Brief, er bezeugt den einen Christus, er bezeugt einen Geist und eine Seele der Gläubigen, 1 Vers 27, eine Gesinnung, eine Liebe, einen Sinn haben, Kapitel 2 Vers 2 und 5 und 4 Vers 2, ein Trachten und einen Ruhm. Also diese Einheit der Gläubigen liegt ihm total am Herzen und das sollte auch bei uns der Fall sein, nicht nur in der örtlichen Gemeinde unserer Benennung, sondern auch mit allen Christen, am Ort vor allem oder in der Region, dass wir diese Einheit, die wir in Christus sind, einfach auch leben und wahrnehmen, weil es ist so, wir sind Geschwister, wir sind eins, wir sind mit Christus so eng verbunden und untereinander verbunden und das kann man nicht stark genug betonen. Eine weitere Besonderheit dieses Briefes ist das Lob für zwei Frauen, die namentlich genannt werden. Also Loben ist nicht verkehrt, das muss man den Schwaben ja manchmal sagen, nicht geschenkt ist genug gelobt, wird da so gesagt, also wenn man nicht schimpft und tadelt und kritisiert, dann ist es schon genug. Aber nochmal aktiv, positiv, ein gutes Wort sagen, Lob sagen, ist also unschwäbisch, würde man so sagen. Aber Paulus macht das durchaus und die Psychologie weiß auch, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen auch Lob erfahren, auch in der Gemeinde gelobt werden, wenn was zu loben ist und er hat auch ein Lob bereit für zwei Frauen. In Kapitel 4, Vers 3 lobt er Frauen für ihren wichtigen Dienst. Und hierin wird etwas deutlich von der Vornehmheit der Frauen in Mazedonien, die immer wieder berichtet wird, in Apostelgeschichte 17, Vers 4 zum Beispiel, und auch die erste Christin in Europa, überhaupt, das war die Philipperin Lydia, die in Apostelgeschichte 16, Vers 15 bis 40 und 40 eine vornehme, wohlhabende Frau, ja, und hier werden zwei Frauen auch namentlich gelobt. In Kapitel 4, Vers 3, ich lese mal diese Stelle. Und ich, mein treues Sützigus, bitte ich den beiden zu helfen, also diese Evodia und Sützüke, die sie streiten miteinander haben, ja, aber die sind trotzdem lobenswerte Persönlichkeiten. Er sagt, ich bitte dich, mein treuer Sützigus, den beiden zu helfen. Sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung der guten Botschaft gekämpft. Ja, auf einer Linie mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Also es waren Kämpfer für das Evangelium. Das ist ein dickes Lob für diese Frauen, auch wenn die jetzt im Moment ein Problem haben und da streiten. Es finden sich auch Anspielungen auf die Stadt Philippi. Nach Ansicht vieler Ausleger spielt Paulus in einigen Aussagen in diesem Brief auf die Geschichte der Stadt Philippi an. Zum Beispiel, wenn er in Kapitel 1, Vers 27 und Kapitel 3, Vers 20 vom himmlischen Bürgerrecht spricht. 2, Vers 1, Vers 27 sagt er, Auf jeden Fall müsst ihr so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht, ob ich nun komme und euch wieder sehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Haltet in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben an die Geburt der Botschaft. So leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Vielleicht ist es auch der falsche Vers jetzt gewesen. Aber Kapitel 3, Vers 20 ist auf jeden Fall der richtige Vers. Da heißt es, Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Also Bürgerrecht im Himmel wird von manchen Ausgängern als eine Anspielung auf Philippi gesehen, weil es war eben eine römische Kolonie, wo Veteranen, also ausgediente Soldaten, Anrecht bekamen, ein Stück Land und so sie erwerben konnten, sich niederlassen konnten und ihren Ruhestand verbringen konnten. Und es war ganz wichtig, man war besser gestellt im Römischen Reich, wenn man römisches Bürgerrecht hat. Paulus selbst hatte ja auch römisches Bürgerrecht, hat manchmal geholfen in bestimmten Situationen gegenüber der Justiz. Aber hier spricht Paulus nach einem viel wichtigeren Recht und das haben alle Gläubigen. Nicht nur einige bestimmte wenige Leute, wohlhabende Leute, sondern das ist allen Gläubigen gemeinsam. Wir haben ein himmlisches Bürgerrecht. Wir haben das Anrecht, im Himmel Wohnungen zu nehmen, uns anzusiedeln, also in der Gegenwart Gottes. Das meint ja Himmel, Gegenwart Gottes. Und so haben wir ein himmlisches Bürgerrecht, also ein Wohnrecht in der Gegenwart Gottes mit den daraus resultierenden Konsequenzen für den christlichen Wandel. Weil wenn wir dieses Wohnrecht haben, dann sollen wir auch in unserem Lebenswandel natürlich entsprechend leben und da kein schlechtes Licht auf diesen Wohnort werfen. So wie ein Bürger eigentlich dafür Sorge trug, dass es seinem Wohnort, wo er lebt, eher Ruhm zuführt, so sollen wir natürlich Gott, der im Himmel ist, ihm Ruhm zuführen mit unserem Lebenswandel, zumal wir ja dann da auch Wohnrecht haben. Philippi, die Stadt, war sicherlich sehr stolz auf ihren Status als Freistadt und der christlichen Gemeinde sagt Paulus, wir haben sogar Bürgerrecht im Himmel. Also da knüpft er manchmal an, wahrscheinlich hier an eine Situation aus Philippi und verwendet es in einem geistlichen Sinn. Gehäufung von Schlüsselwörtern. Einige Schlüsselbegriffe treten sehr gehäuft auf. Freuen, Freude, haben wir schon gesagt, 16 Mal. Aber es gibt weitere, neun Mal kommt der Schlüsselbegriff Evangelium vor. Auch Denken, Gesinnt sein, zehn Mal. Also unser Denken, welche Gesinnung wir haben, ist sehr wichtig. Zehn Mal, finde ich, die Erwähnung in diesem Brief. Mehr als in jedem anderen Paulusbrief. Also wir denken, dass der lange Korintherbrief oder Römerbrief sich da eignen würde, das öfter zu haben. Nein, nein, es ist der Philippibrief, der am häufigsten wie dieses Denken, Gesinnt sein spricht. Auch Überfließen, das Wort Überfließen, wird nur im Epheserbrief häufiger gebraucht. Auch die Begriffe Heil, Gemeinschaft, Ehre sind Schlüsselbegriffe, die gehäuft im Philippibrief vorkommen. Thema Schlüsselferse. Thema können wir sagen, die Selbstlosigkeit. Und die Selbstlosigkeit ist das Markenzeichen der Gesinnung Christi. Also es geht um die Gesinnung Christi, speziell die Selbstlosigkeit, also sich selbst zurückzunehmen, sich selbst aufzuopfern, für Gott, für den Dienst, um anderen zu dienen und eben nicht auf sein eigenes Recht zu bestehen und zu bocken, ich hab doch, ich bin doch, sondern sich zu erniedrigen, um Gott groß zu machen, sich zu erniedrigen, um anderen zu dienen. Diese Selbstlosigkeit, die Jesus gezeigt hat, in diesem Christushymnus zum Ausdruck kommt, ist ein zentrales Thema des Briefes und kommt immer wieder durch. Schlüsselbegriffe. Demzufolge, man könnte zwei Schlüsselbegriffe sehen, weil das Thema Freude ja auch eine große Rolle spielt. Einmal Kapitel 2, Vers 5 bis 7a, die Sache mit dieser Gesinnung. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Also Luther hat übersetzt ja, obwohl er Gott gleich war, hat er sich selbst erniedrigt. Das ist ein Partizip, gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Interessant ist auch, der Gedanke ist, kausal zu übersetzen, dieses Partizip, und dann bedeutet das, weil er Gott gleich war, weil er Gott gleich war, höchste Autorität hatte, hat er sich erniedrigt. Das heißt, konnte er es sich erlauben, herabzusteigen von seinem Thron und nicht ständig seine Autorität sichtbar sein zu lassen. Einer, der die absolute Macht hat und völlig überlegen ist, er kann auch dienen, aus der totalen inneren Freiheit heraus. Er ist auch ein interessanter Gedanke, aber wahrscheinlich ist Luther Übersetzung schon die beste, also obwohl, einfach den Gegensatz, obwohl er auf dem Gott gleich war, hat er sich niedrig gemacht. Und Christus ist da unser Vorbild. Diese Gesinnung sollen wir auch annehmen. Und der andere Schlüsselvers in Kapitel 4, Vers 4, Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage euch noch einmal, freut euch. Oder freut euch alle Zeit in dem Herrn, alle Wege. Aber mal sage ich euch, freut euch. Also 16 Mal kommt diesem Brief das Thema Freude durch. Freut euch im Herrn. Dann kann man auch im Knast sitzen, so wie Paulus, und sich trotzdem zutiefst im Herrn freuen. Inhaltlich möchte ich an einigen Stellen noch vorbeischauen, aber nicht jeden Vers umdrehen. In der Briefeingang, die ersten elf Verse, da haben wir die normale Verfasserempfängergruß, was standardmäßig ist. Und Paulus hat dann noch eine kleine Vorrede mit drei Unterthemen, die wollen wir noch kurz anschauen. Verfasserempfängergruß. Es schreiben Paulus und Demotius, Sklaven von Jesus Christus, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt ihren Aufsehern und Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist uns so vertraut, weil die Paulusbriefe alle, abgesehen von den Aufsehern und Diakonen, ältesten Diakonen, fangen die alle irgendwie so an, wo er sich selbst vorstellt und was über Christus und Gott schreibt und dann so einen Segenswunsch hat und so. Wenn man sieht, die Standardbriefeinleitung wäre extrem knapp. Da hätte es gereicht, wenn er sagt, Paulus, der Gemeinde Philippi, herzliche Grüße, Punkt. Wäre als Briefeingang völlig ausreichend gewesen und die meisten Briefe in der Antike waren so eingeleitet worden. Kurze Nennung von Verfasser, Empfängergruß. Aber Paulus macht aus diesem Standard, aus diesem ganz Normalen, etwas Wertvolles. Indem er es theologisch erweitert durch Ausschmückung, indem er hier diese Elemente hinzufügt, die man eigentlich nicht bräuchte, aber er fügt sie hinzu, um die Gedanken auf Gott und Christus zu lenken und um geistliche und theologische Wahrheiten zu transportieren. Aber das ist wirklich genial, was er da macht, in seinen Briefeingängen und dann macht er noch Zusatzinformationen, eine Vorrede, sodass er es nicht nur theologisch erweitert und ausschmückt, sondern auch inhaltlich neue Sachen dazu macht, eine Vorrede dazu packt, bevor er eigentlich mit dem Briefinhalt beginnt. Und das wollen wir uns nochmal kurz anschauen. nochmal diese theologische Erweiterung durch Ausschmückung, das sehen wir gerade hier sehr schön. Also Paulus und Demotius, er nennt sich Sklaven von Jesus Christus. So bringt er praktisch das Thema Niedrigkeit, Sklave und Jesus Christus als den Herrn schon mal ins Verständnis rein. Dann alle Heiligen, aber die Heiligen nicht aus sich heraus, sondern in der Verbindung mit Christus, in Christus Jesus. Durch Christus sind wir heilig. Wenn wir an Christus angedockt werden durch die Wiedergeburt, dann haben wir Anteil an seiner Heiligkeit. Deswegen sind wir zu Recht Heilige. Nicht, weil wir immer ganz super optimal Lebenswandel führen. Und schon gar nicht die katholische Konzeption, dass nur bestimmte Christen Heilige sind, sondern jeder Christ ist heilig in Christus Jesus geheiligt. Deswegen ein Heiliger. Also alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi ist der Ort und jetzt samt allen Aufsehenden und Diakonen, das ist hier eine Besonderheit, dass er die extra nennt, wir wünschen euch Gnade und Frieden. Aber dann sagt er, von wem? Nicht einfach nur wir wünschen euch Gnade und Frieden, sondern Gnade und Frieden, das kommt von Gott. Gnade bedeutet die Bundestreue Gottes und Frieden ist das hebräische Shalom, das Wohlergehen, umfassendes Wohlergehen in materieller, geistlicher, in jeglicher Hinsicht. Vor allem versöhnte Beziehungen. Frieden mit Gott, Frieden untereinander und Gnade ist die Chesed, die Bundestreue Gottes, die unverdiente Zuwendung Gottes. Also das sind ganz tiefgehende geistliche Wünsche, Gnade und Friede, da gibt es nicht viel mehr, was man wünschen könnte, weil die so gehaltvoll sind, diese Begriffe Gnade, also vom hebräischen her, Bundestreue, Chesed und Frieden, Shalom, aber Shalom im hebräischen Konzept ist viel, viel umfassender als nur die Abwesenheit von Krieg, sondern Wohlergehen, gute Beziehung, das wünscht er. Und wo kommt das her? Nicht irgendwas nirgendwo, sondern es kommt von Gott, von Gott, unserem Vater und dieser Gnade, dieser Friede kommt genauso auch von Jesus Christus, Jesus, der der Messias ist, also der Messias Jesus, Jesus, der Gesalte, der Messias, der Messias Jesus, unserem Herrn. Heilig Geist wird hier nicht erwähnt, aber wir haben immer eine starke Konzentration auf Gott den Vater und Jesus Christus, viel, viel, viel häufiger als vom heiligen Geist dann auch noch die Rede ist. Heilig Geist ist wichtig, aber wir haben eine sehr starke theozentrische und christologische Fokussierung in den Briefen des Neuen Testaments. Aber er macht eben Erweiterung durch eine Vorrede und die Vorrede, die Paulus hier anfügt, hat drei Teile. Ein Dank und das erste ist der Dank. Er startet sein Gebet mit Dank. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich hoffe, es ist nicht so, jedes Mal, wenn du an den denkst, dann klagst du. Nee, also wenn wir an Geschwister im Glauben denken, sollten wir danken und bei Philippa gibt es viel Grund zu danken. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Das ist doch schön, wenn man als Gemeinde dazu beiträgt, dass andere Gott danken. Das ist doch ein tolles Zeugnis. Und immer, wenn ich Gott bitte, bete ich mit Freuden für euch. Aber es kommt erst der Dank und dann die Bitte. Diese Reihenfolge ist mir wichtig. Er startet das Gebet, die Fürbitte, mit Dank. Erster Dank, danke ich meinem Gott und dann bitte ich und bete, dann kommen die Bitten. Er gibt auch einen Grund des Dankens. Warum kann er danken für die Philippa? Denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Das tut ihr bis heute. Also es ist interessant, er dankt jetzt nicht, dass er so eine tolle persönliche Beziehung hat mit ihnen. Das ist sicherlich auch ein Grund, der ausreichend wäre zum Danken. Dafür kann man sich freuen, wenn man eine gute persönliche Beziehung hat. Und die hat er gehabt zu denen. Aber was ihm viel, viel wichtiger ist, es geht, dass das Evangelium getrieben wird. Und deswegen dankt er, denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Und das tut ihr bis heute. also, dass sie von Anfang an sich für das Evangelium stark gemacht haben und das unterstützt haben in vielerlei Weise bis zum heutigen Tag und nicht nachzulassen. Es gibt eine objektive Gewissheit. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Also wenn jemand wiedergeboren wird, dann hat Gott in ihm ein gutes Werk angefangen. Er ist zu einem neuen Menschen geworden, er ist neu geboren worden, sagen, das hat Gott gemacht, das können wir nicht selber machen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann bewirkt Gott das Wunder der Wiedergeburt und gibt uns den Heiligen Geist. Und er ist sicher, dass dieser Gott, der uns da wiedergeboren hat und damit ein gutes Werk angefangen hat, dass er es weiterführen wird und am Tag Christi, an dem Jesus dann wiederkommt, vollenden wird. Also es ständig in einem Prozess des Wachstums und der Verbesserung, der Entwicklung, dass das gute Werk, was er in uns angefangen hat, das sind Charakterveränderungen, aber auch dann Werke, Taten, die wir dann tun durch den veränderten Charakter. Das hat Gott angefangen und wird es betreiben, bis sie wiederkommt Jesu und dann wird es vollenden. Da hat er objektive Gewissheit, dass das so ist, dass hier eine große Sicherheit ist, dass Gott nichts sagen halbfertig lässt oder das Interesse verliert und dann sagt Will nicht mehr. So hat er angefangen hat, wird auch vollenden. Und da gibt es subjektive Gewissheit, die liegt dann an dem, was er sieht bei den Philippern. Es ist durchaus angemessen, wenn ich so über euch denke, denn ihr liegt mir besonders am Herzen und ihr habt Anteil an derselben Gnade wie ich, auch wenn ich jetzt im Gefängnis die gute Botschaft verteidige und mich für sie verbürge. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Das ist schon das nächste Verlangen. Also die subjektive Gewissheit ist, dass er eben sie auch auf dem, dass er weiß, dass sie ihm auf dem Herzen haben. Ja, die Übersetzung ist hier in zwei Richtungen möglich. Manche übersetzen, dass Paulus die Philippe auf dem Herzen hat, andere verstehen es so, dass die Philippe ihn auf dem Herzen haben. Wahrscheinlich ist das zweite hier besser, dass sie ihn auf dem Herzen haben. Deswegen nur Dank, ihr Teilhaber im Evangelium, aber auch, dass sie ihn auf dem Herzen haben. Dann Verlangen, er hat auch Verlangen nach ihnen, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe von Jesus Christus. Gott ist ein Zeuge und er hat dieses Verlangen nach seinen Gemeinden, zu anderen Gemeinden auch, aber für die Gemeinde in ganz besonderer Weise hat er immer Verlangen nach ihnen und es ist nicht eine menschliche Liebe, es ist die Liebe Christi, die durch Christus vermittelt ist und wo Christus immer dazwischen steht. Christus ist unser Löser. Wir gehören zu Christus, ihr gehört zu Christus und wenn ich also den anderen liebe, dann hat es auch mit Christus zu tun, mit seiner Liebe, mit der er sie liebt, mit der er mich liebt. Und dann hat er noch eine Bitte, und ich bete auch darum, dass eure Liebe, die offenbar reichlich vorhanden ist, dass eure Liebe immer reicher an Verständnis und Einsicht wird. All das mehr über die Liebe, aber auch in der Erkenntnis und im Urteilsvermögen zunimmt. Das ist auch wichtig. Liebe ist das Höchste, aber Erkenntnis und Urteilsvermögen ist auch wichtig und nicht nur Liebe üben, sondern auch mit Erkenntnis und Urteilsvermögen durch die Gegend laufen. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Verständnis und Einsicht wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt und am Tag von Christus rein und tadellos vor ihm steht. Damit ihr euch entscheidet oder damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Und dann nennt ihr Zielvorgaben, um am Tag von Christus rein und tadellos vor ihm stehen. Das ist ein Ziel. Darum geht es in unserem Leben, rein und tadellos vor Christus stehen, wenn er kommt, erfüllt zu sein mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, Jesus Christus euch geschenkt hat. Alles, was aus der Gerechtigkeit heraus wächst, in unserem Charakter, aber auch in unseren Werken und die Gerechtigkeit hat Christus geschenkt und jetzt kann da viel draus wachsen. Paulus sagt in Timotheusbrief ganz besonders, auch von den guten Werken, die wir als Christen tun sollen. Das ist wichtig. Gott hat uns gerecht gemacht, damit wir auch gerechte Taten vollbringen und Gerechtigkeit leben. Das übergorde Ziel ist, dass Gott geehrt und gelobt wird. Also sehr interessant diese Bitte, wie auch das wieder zu Gott hin führt. Er bittet etwas für die Philippa, aber es hat etwas zu tun mit der Wiederkunft Christi und hat etwas zu tun mit dem, was Christus uns geschenkt hat und dient dazu letztlich, dass Gott geehrten gelobt wird. Also es geht immer über die Menschen hinaus wieder zu Christus und zu Gott hin. Diese christologische theologische Betonung ist typisch für Paulus. Dann haben wir die Lage Beschreibung, die will ich nur kurz zusammenfassen. Ich will aber, dass er wisst. Und in diesem Abschnitt bringt er vier positive Dinge, was die Philippa wissen sollen und eine negative Sache. Also positiv ist, dass durch seinen Gefängnisaufenthalt das Evangelium nicht geschmälert wurde oder geschwächt wurde, sondern im Gegenteils Evangelium wurde befördert. Punkt eins, was positiv ist. Ein zweiter positiver Punkt, was mit sich gebracht hat, dass er jetzt im Gefängnis ist, dass die Brüder Mut schöpften und ihrerseits verkündigten, weil Paulus ja ausfällt in gewisser Weise, er sitzt im Gefängnis, also müssen sie in die Presche springen. Also seine Lahmlegung durch Gefängnisaufenthalt hat sie etwas beflügelt und in Mut gemacht, ihrerseits mehr Verantwortung zu übernehmen in der Verkündigung. Dann ein kleiner Wermutstropfen, dieses Negative, was sie auch wissen sollten, es gibt ja immer auch einige, die ein bisschen andere Motive haben, die verkündigen aus Neid. Aber soll man sich nicht aufhalten bei denen, die es verkehrt machen, es gibt auch viele, die es richtig machen. einige predigen Christus aus Liebe heraus. Auch aus Liebe zu Paulus predigen sie Christus. Und Paulus sagt, selbst bei denen, die Christus aus Neid mir gegenüber verkündigen und jetzt selber groß rauskommen wollen, die eifersüchtig waren vielleicht auf mich und jetzt bin ich im Gefängnis, jetzt wollen sie groß sich herausstellen als Prediger, sagt er, freut mich trotzdem. Freue mich trotzdem, weil immer wenn Christus verkündigt wird, wenn wirklich Jesus Christus verkündigt wird, das wahre Evangelium, dann freue ich mich, selbst wenn die Motive von den Predigern nicht immer ganz astrein sein mögen. Das ist so die Linie, die es hier hat, in dieser Lage beschreiben und das mag hier genügen. Er hat dann auch Zuversicht, was die Zukunft betrifft, er ist ja im Gefängnis, hat die Lage jetzt beschrieben und sagt, ich weiß, hat eine dreifache Zuversicht hier in diesen Versen und das, was er zuversichtlich annimmt für die Zukunft ist, dass das Ganze, auch dieser Gerichtsprozess dort, ihm schlussendlich zum Heil oder dass es einfach zum Heil ausschlagen wird. ja, ich lese mal in Vers 19 Vers 19 Denn ich weiß, dass dies alles, also was jetzt gerade eben genannt worden ist, das Evangelium wurde befördert, Brüder haben Mut geschöpft zur Verkündigung, einige Predigen aus Neid, andere aus Liebe, aber es ist egal, Hauptsache Christus wird verkündigt, dies alles wird zum Heil ausschlagen, wird was Gutes bewirken. Ja, Vers 19 Denn ich weiß, dass dies alles zu meiner Rettung führen wird, durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes, der von Jesus Christus kommt. Also Gebet, Unterstützung des Heiligen Geistes, er ist zuversichtlich, dass es einen guten Ausgang nimmt, dass er auch hier davon kommt im Gefängnis. Allerseits sagt er noch, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, dass er auch standhaft bleibt, dass er nicht Evangelium abschwört oder irgendwie widerruft, irgendwie was Dummes macht. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird. Das ist sein Anliegen, dass Christus groß gemacht wird. Und dass er da Werkzeug ist. Dass er nicht etwas tut, was er sich später schämen muss, und dass Christus groß gemacht wird, nicht nur im engen vertrauten Kreis, sondern auch in der Öffentlichkeit. Dazu war er bestellt als Völkerapostel, also muss er auch groß denken. Er soll auch in der Öffentlichkeit, er soll Christus durch ihn groß gemacht werden. Und jetzt sagt er, er kann Gott nicht vorschreiben, wie er das macht. Ob Gott das machen wird, indem er ihm am Leben lässt und noch einige Jahre gibt, der Verkündigung, um Gott groß zu machen, oder ob Gott vorhat, ihn sterben zu lassen und quasi durch seinen Tod Gott zu verherrlichen. Auch das ist eine Möglichkeit. Und das steht bei Gott. Man weiß es nicht immer vorhinein, wie es ausgehen wird, aber sagt, es ist trotzdem, das ist zum Heil, egal, ob ich dabei draufgehe. Es geht darum, dass Gott geht, Evangelium verkündet wird, verbreitet wird, dass Christus bekannt wird in der Öffentlichkeit durch mich, sei es durch mein Leben, weil ich predige, oder sei es durch meinen Tod, dass ich sterbe und Märtyrer bin und Zeuge bin und dadurch Christus bekannt wird. Das ist eine starke Einstellung, wo man sieht, dass Paulus sich auch sehr zurücknimmt, auch bereit, sein eigenes Leben hinzulegen, so wie Christus sich zurückgenommen hat und Tod des Vaters auf die Erde gekommen ist und bereit war, sein eigenes Leben hinzugeben. Und dann macht Paulus eine radikale theologische Aussage. Er sagt, Sterben ist sogar das Bessere. Es ist besser zu sterben, als noch weiterzuleben. Das ist jetzt nicht jemand, der völlig am Leben verzweifelt ist oder der komische Todessehnsucht hat, sondern der einfach ganz nüchtern rechnet und sagt, wenn ich das von der Ewigkeit her anschaue, das ist für mich immer besser, wenn ich sterbe, als dass ich noch weiter lebe. Aber er sagt, es scheint aber, dass es doch noch nötig ist, dass ich noch ein bisschen lebe. Ich habe noch meinen Auftrag zu tun, ich habe noch was zu machen. Und Gott hat ihm ja auch gesagt, dass er vor dem Kaiser, Cesar Philippe hat ihm gesagt, dass er vor dem Kaiser stehen wird, er hat noch was zu tun. Die Verse 21 bis 24 sagt er, denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Also Leben ist für ihn identisch mit Christus Leben, mit Christus und für Christus Leben. Das ist Leben. Was anderes kennt Paulus gar nicht mehr. Christus ist ein Leben. Das Leben heißt für mich Christus und das Sterben ist ein Gewinn, weil dann bin ich beim Herrn. Dann sehe ich den Herrn. Ich bekomme den neuen Leib. Die Sünde ist überhaupt kein Thema mehr in meinem Leben. Ich habe ausgekämpft. Es ist vorbei mit allem Kampf und allem Leid. Dann bin ich beim Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Wenn ich lebe, dann wird er weiter ackern und das Evangelium verkündigen. Wenn es verkündigt wird, wird es Frucht bringen. Unsere Aufgabe ist es zu verkündigen. Dann wird es auch Frucht bringen. Wenn ich am Leben bleibe, werde ich mich für das Evangelium eintesten. Das bedeutet fruchtbare Arbeit für mich. Ich werde noch fruchtbare Arbeit leisten können. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Wenn ich am Leben bleibe, dann ist noch Jahre fruchtbare Arbeit vor mir. Wenn ich aber sterbe und beim Herrn bin, umso besser. Da weiß ich gar nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen, sagte Einerseits sehne ich mich danach hinüber zu gehen und bei Christus zu sein. Also er möchte diesen Rubikon überschreiten und von diesem irdischen Leben hinüber gehen in das Leben bei Gott, in die unmittelbare Christus Gemeinschaft bei Christus zu sein alle Zeit und dann auch verwandelt zu werden bei der ersten Auferstehung neuen Leib bekommen und so all das. Sehne sie nach hinüber zu gehen und bei Christus zu diese Option kann nicht getoppt werden durch irgendwas Schönes hier auf Erden. Es gibt nichts Schöneres als das in die Christus Gegenwart zu kommen und dann für immer bei Christus zu sein. Das sollten wir uns mal sagen. Nicht dass wir denken wir müssen uns ein ein schönes Event nach ein an an ein Leben. Das worauf ankommt ist dass wir bei Christus sein werden und das ist bei Christus zu sein. Er sagt einerseits sehe ich mich danach hinüber zu gehen und bei Christus zu sein denn das wäre bei Weitem das Beste weil er wäre all dieses Jammertal hier auf Erden mal hinter ihm. Andererseits ist es wegen euch nötiger am Leben zu bleiben. Also das hat einfach die Abwägung wenn ich jetzt egoistisch bin würde ich eigentlich gerne sterben bei Christus sein. Aber ich an euch denke da soll ich noch ein bisschen leben ihr braucht es meine Unterstützung und dann werde ich auch noch Frucht bringen in der Arbeit in den Jahren die Gott mir noch schenkt wo ich viel arbeite beides sein für und wiederher und dann noch sagt er aber irgendwie hat Gott ihm das gezeigt dass jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist wo er hinüber geht und bei Christus sein wird sondern dass er leben und irgendwie noch weiter geht darauf baue ich und bin deshalb gewiss dass ich euch zu eurer Förderung und Freude im Glauben erhalten bleibe also hat es viel reflektiert also wenn ich mir das anschaue ich habe meinen Job hier noch nicht zu Ende gemacht ich habe noch viel Arbeit mit den Gemeinden die brauchen mich noch die sind alles noch in Kinderschuhen und ich werde noch gebraucht und Gott wird mich wohl jetzt noch nicht weg nehmen sondern am Leben lassen darauf baue ich und bin deshalb gewiss dass ich euch zu eurer Förderung und Freude im Glauben erhalten bleibe und wenn ich dann wieder zu euch komme er geht auch davon aus dass er sie dann wieder besucht wird ihr noch weit mehr Grund haben stolz und froh zu erzählen was Jesus Christus alles an mir getan hat dass er auch da irgendwie aus dieser misslichen Gefangenen Lage befreit hat und wieder auf freien Fuß gesetzt hat also er hat sehr viel Zuversicht aber man muss wissen diese Zuversicht ist unterfüttert mit dieser totalen Gewissheit das Beste was mir passieren kann ist eigentlich hinüber zu treten hier abzuschreiten und beim Herrn zu sein das wäre das allerbeste aber das zu seiner Zeit wenn der Herr will ich werde das nicht beschleunigen ich werde die Zeit nutzen die Gott mir hier schenkt aber wenn ich ganz nüchtern nehme das Beste was passieren kann ist einfach beim Herrn zu sein geht weiter mit Ermahnungen nehmt euch Christus zum Vorbild dieser Christushymnus haben wir schon gesehen und dann geht es weiter nachdem er gesagt dass sie diese Gesinnung Christi annehmen sollen dass sie auch Vorbilder in der Welt Christus das große Vorbild für die Christen ist und Paulus sich auch selbst zum Vorbild macht und sagt in Kapitel 3 Vers 17 nehmt mich als Vorbild Geschwister lernt auch von denen die unserem Beispiel folgen also man kann Christen die man als Vorbilder nehmen kann und je Christus ähnlicher diese Christen sind desto bessere Vorbilder sind sie auch aber Christus ist unser Vorbild dann gibt es Vorbilder im Glauben also Christen denen man nacheifern soll aber jeder Christ soll auch dann für die Welt für die Menschen die Christus noch gar nicht kennen ein Vorbild sein und darum geht es in Versen Kapitel 2 12 bis 16 und da will ich nur noch was lesen meine Lieben als ich bei euch war habt ihr meine Anweisungen immer befolgt jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen dass eure Rettung sich auswirkt also bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern als ob wir dazu beitragen müssten uns zu retten so wird die Luther Besetzung ist hier etwas irreführend es ist sinngemäß besser zu besetzen sollt bemühen dass die Rettung Auswirkungen hat seid gerettet damit es Auswirkungen hat positive Auswirkungen darum geht es hier eigentlich und Gott hilft da dabei denn Gott wirkt den Wunsch in euch ihm zu gehorchen gibt euch auch die Kraft zu tun was ihm gefällt das ist der Punkt es geht hier jetzt nicht um unsere Lösung sondern es geht um den Gehorsam um die Nachfolge und Gott wirkt beides er wirkt diesen Wunsch ihm zu gehorchen ihm nachzufolgen und Gott gibt auch Kraft dann das umzusetzen das zu tun was ihm gefällt tut alles ohne Murren und Diskussion damit euch niemand Vorwürfe machen kann und jetzt kommt der entscheidende Punkt als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten also die Menschen sind verblendet sind Gott dieser Welt da die sind verblendet sie sind vielfach fahren sie auf rein materielle Dinge ab haben die falschen Werte haben vor allem oft kein Interesse an Gott oder leben an Gott vorbei oder haben ihre eigenen Götzen ganz unterschiedlich verdreht und verdorben und die brauchen Orientierung die Menschen in der Welt die Christus nicht haben brauchen dringend Orientierung und dann kannst du sagen naja die haben ja die Bibel die können ja die Bibel lesen wir hätten Orientierung das stimmt natürlich hätten sie super Orientierung wenn sie die Bibel lesen würden aber die Menschen lesen die Bibel nicht warum sollten sie auch wenn sie nicht glauben aber das was sie lesen und sehen sind die Menschen die an Christus glauben da kommen sie nicht dann vorbei und wenn sie in ihrem Alltag mit Menschen mit Berührung kommen die an Christus glauben dann ist das die Bibel die sie lesen die Frage ist nur was sehen sie was lesen sie wenn sie uns sehen und zwar im Alltag wie wir in der Familie mit unseren Familienmitgliedern umgehen wie wir im Beruf sind wie wir in der Nachbarschaft sind wie wir beim Einkaufen sind da werden wir gelesen da werden wir gesehen und Paulus möchte dass wir dass die Gemeinde und die Gläubigen und die Kinder Gottes wie Himmelslichter sind mitten unter den verdreten verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt also wir sollen mit unserem Leben das darstellen was das bedeutet dass Gott die Menschen liebt dass er sie gerettet hat durch Jesus Christus dass wir an Jesus glauben müssen und dass das an uns verändert einen neuen viel besseren positiven Lebensstil hervorbringt dass die Sünde wegkommen das heiliges gerechtes Leben an die Stelle tritt diese Lebensveränderung das wird gesehen wird wahrgenommen und damit leuchten wir und wir leuchten natürlich auch dann noch durch viele gute Taten und Werke was wir tun und er sagt müht euch beständig um eure geistliche Gesundheit Gott bewirkt wollen und vorbringen tut alles ohne schlechtes reden und ohne unsige Diskussion lebt als Leuchtkörper in dieser Welt hier Vers 15 und Vers 16 noch haltet fest am Lebenswort mir zum Ruhm ja das hängt auch zusammen wenn wir nicht am Lebenswort festhalten am Evangelium festhalten dann wird auch unsere Leuchtkraft dahin schwinden deswegen ihr sollt wie Himmelslichter mitten unter den vertreten verdorbenen Menschen diese Welt leuchten indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt dann werdet ihr am Tag an dem Christus wiederkommt Grund meiner stolzen Freude sein dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war als wenn er dann vor der Schulkritte tritt wir sagen ja ich habe für dich gearbeitet schau die Philippa und sie das ist dann Paulus zum Ruhm und wenn andere Menschen mit denen du Jüngerschaft machst die du anleitest denen du eine Hilfestellung bist auf ihrem Weg mit Christus wenn die sich gut entwickeln wird es auch für dich Ruhm bedeuten deswegen die Christen müssen wissen dass sie die Leuchtkörper in dieser Welt sind die Orientierung geben die ist die Bibel die gelesen wird und sie sollen am Wort durch ihr Leben dann hat er noch etwas über seine treuen Mitarbeiter Timotheus und Epaphroditus erwähnt er hier wo er sehr sehr lobt und Informationen über sie gibt ist innerlich nicht schwierig zu erfassen und dann haben wir in Kapitel 3 ich kann es hier mal weg machen dann noch dieser Kampf gegen Gesetzlichkeit das ist jetzt ein ganz anderer Ton in Kapitel 3 den er hier anschlägt weil da sagt er warnt er vor diesen gesetzlichen Irrlehrern und wird hier sehr scharf und tut auch aus seiner Biografie einiges bringen ist nicht schwer zu verstehen der Text hier er bringt hier sehr viele biografische Details noch eins liebe Geschwister freut euch dass ihr mit dem Herrn verbunden seid das zu schreiben ist mir keine Last und des sicherer also immer wieder ist es freut euch freut euch und jetzt warnt er sie vor dieser einen Gefahr der gesetzlichen Irrlehrer doch nehmt euch in Acht vor diesen bösartigen Kötern so drastisch drückt er es hier wirklich aus also Hunde Köter den falschen Missionaren den Propheten der Verstümmelung also die Beschneidung Lehren das ist also Verstümmelung Beschneidung an der männlichen Vorhaut wird praktisch als heilsnotwendig gelehrt von gesetzlichen Irrlehrern wenn ihr Christen seid aber seid nicht beschnitten da könnt ihr nicht errettet werden ihr müsst euch noch beschneiden lassen das ist eine Irrlehre und da warnt er sehr davor aber diese Leute sind vielfach unterwegs und verwirren die Christen die aus dem Heidentum kommen die nicht beschnitten sind und bringen ihnen da solche Zeremonien noch nahe als ob sie das tun müssten um errettet zu werden als ob Christus nicht genügt und deswegen ist Paulus hier auch sehr scharf weil es hier ums Eingemachte geht und ganz ganz wesentlich ist genügt Christus für eure Errettung oder braucht ihr Christus und Beschneidung und noch irgendwas anderes diese Christus und sind immer von von Übel Christus genügt ich nenne sie so weil wir die echten beschnitten sind weil wir im Geist beschnitten sind wir verlassen uns nicht auf menschliche Anstrengungen sondern sind stolz darauf zu Christus zu gehören also wir sind nicht aus Werken gerettet weil er alles getan hat natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge berufen und wenn einer es machen kann dann könnte es Paulus machen weil der hat wirklich ein Vorzeige Leben aus jüdischer Sicht hingelegt gehabt und das zählt jetzt einfach mal auf um zu zeigen wie irrsinnig das alles wäre darauf zu bauen wenn andere einen Grund haben darauf zu vertrauen hätte ich das noch viel mehr also wenn die anfangen irgendwelche jüdische Leistungen dazu reklamieren dann hätte ich das noch viel mehr das Recht dazu ich wurde beschnitten als ich acht Tage war also genau ordnungsgemäß nach dem Gesetz von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin also die Stamm was das Gesetz betrifft würde ich zur strengen Richtung der Pharisäer dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde und gemessen an der Gerechtigkeit die aus der Befolgung des Gesetzes kommt ohne Tadel also wenn man durch Gesetzes Befolgen hätte gerecht werden können dann wäre ich dann Kandidat gewesen früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn aber jetzt wo ich Christus kenne betrachte ich sie als Verlust als Schaden sagt er ja wirklich alles andere erscheint mir wertlos wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen das ist meine Aussage ja also wir alles andere im Vergleich zu Christus ist ist nichts sagt er nichts er hält sogar für Verlust oder für Dreck kann man sogar übersetzen so großartig ist das was er durch Christus geschenkt bekommen hat durch ihn habe ich alles andere verloren seine Karriere im Judentum war es dann mit vorbei er und ich betrachte es auch als Dreck nur er besitzt Wert für mich und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören Christus ist sein Leben hat er vorher schon gesagt deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit der Sündbefolgen des Gesetzes kam sondern auf die Gerechtigkeit die ich durch den Glauben an Christus habe auf die Gerechtigkeit die von Gott kommt und dem Glauben zugesprochen wird als das Leib und Magenthema des Apostels Paulus die Errettung allein durch den Glauben Rechtfertigung wie ich vor Gott gerecht nicht durch Werke so durch den Glauben an das Werk Christi was Christus getan hat er spricht mich gerecht die Gerechtigkeit wird dem Glaubenden zugesprochen nicht jeden Menschen automatisch durch irgendeine symbolische Handlung auch nicht durch eine Taufe sondern die Gerechtigkeit wird dem Glaubenden zugesprochen der an Christus glaubt sein Vertrauen auf Christus setzt ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft die ihn aus den Toten auferstehen ließ an seinem eigenen Leib erfahren möchte lernen was es heißt mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben und dann auch unter denen zu sein die aus den Toten heraus auferstehen werden also die Kraft Christi will er erleben die Kraft Christi die Kraft Gottes die Jesus aus den Toten auferstehen ließ und die wird auch an seinem Leib erfahrbar sein er weiß dass viel leiden muss er wird auch sterben wie jeder Mensch bis auf die die übrig bleiben in dem Moment wo Jesus kommt aber dann wird er auch bei denen sein die aus den Toten auferstehen und die Kraft Christi erleben wie er auf den Tod auferweckt wird also Christus wenn du Christus hast dann brauchst du nichts mehr diese Krücken da wie das Gesetz das war nur der Knabenerzieher in der Phase unserer Unmündigkeit der Pädagogik ist das Gesetz als Knabenerzieher bis Christus kommt jetzt wo Christus da ist sollen wir nicht zurück zum Gesetz nicht zurück zur Beschneidung oder irgendwas anderes zu Zeremonien so jetzt wo wir bei Christus sind haben wir alles was wir brauchen ja ich komme zum Ende ich muss eigentlich jeden Vers behandeln was ich noch interessant finde ist dieser Dank an die Gemeinde am Ende ab Vers 10 das ist sehr sehr lehrreich wie er da zum Thema Geld hier steht und damit schließe ich dann es war mir eine große Freude schreibt Paulus in Kapitel 4 Vers 10 es war mir eine große Freude ein Geschenk vom Herrn dass eure Frühsorge für mich wieder aufgeblüht ist war vielleicht auch mal ein bisschen durchhänger aber es wieder aufgeblüht haben sie ihn wieder unterstützt ich weiß natürlich dass ihr immer um mich besorgt war aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu ich sage das nicht weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte denn ich habe gelernt mit dem zufrieden zu sein was ich habe ganz wichtiges Prinzip als Christ wir müssen es lernen manchmal lernen es mal auf die harte Tour aber wir sollen es lernen mit dem zufrieden zu sein was ich habe und nicht diese weltliche Masche immer mehr 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 besser mehr das ist ein völlig falsches Denken so ein richtiges Denken ist was Paulus hier vorlebt er hat es gelernt mit dem was vorhanden ist zufrieden zu sein ich kann in Armut leben sagt er ich kann arm sein und mit Überfluss umgehen kann er auch also er kann auch Überfluss haben und den so benutzen dass er nicht verdorben wird dadurch er weiß damit umzugehen ich bin alles eingeweiht ich weiß wie es ist satt zu sein erkennt diese Erfahrung des Hungers ich weiß wie es ist satt zu sein oder zu hungern ich kenne Überfluss und Mangel erkennt beides oder ich habe gelernt in der Situation wo ich mich befinde damit zufrieden sein ich kann auch mit Mangel zufrieden sein ich kann auch mit Überfluss umgehen aber ich brauche nicht Überfluss um Freude zu haben kann auch im Mangel Freude haben durch den der mich stark macht kann ich in allem bestehen also in jederlei Umständen durch Christus kann ich in allen Umständen bestehen aber es war sehr lieb von euch dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anleihen genommen habt ihr wisst ja dass ihr Philippe am Anbeginn meines Dienstes damals als ich das Evangelium von Mazedonien aus weiter trug das war der Ausgangspunkt in Europa war Philippe und hat von das Evangelium aus weiter nach Europa getragen damals als ich das Evangelium von Mazedonien aus Weyer trug ihr die einzige Gemeinde war die mich finanziell unterstützt hat wirklich Sonderstatus ist die Gemeinde ja schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen nicht dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte geht sich darum viel Kohle zu haben mir liegt vielmehr daran dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt Gott wird euch vergelten ihr sammelt Zinsen auf der Himmelsbank wenn ihr in das Reich Gottes investiert im Augenblick habe ich alles was ich brauche es ist mehr als genug durch das was Eber Frotidus von euch überbracht hat bin ich reichlich versorgt also es war eine heftige Geldspritze die ihm geholfen hat und er hat gute Versorgung ja er kann nicht klagen und er sagt diese Gabe ist wie der Duft eines Opfers das Gott sehr erfreut also auch wenn wir Missionare unterstützen opfern wir damit Gott also unterstützt bitte Missionare mit eurem Geld ja es ist ein Opfer was Gott erfreut mein mein Gott wird wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben was ihr braucht bitte nicht so denken ich investiere Betrag X und dann muss Gott mir Betrag Y zurückgeben das ist völliger Unsinn Gott segelt das manchmal auch materiell aber es geht vielmehr um geistliche Segnung und nicht um Rechenspiele sondern wir sollen ohne Hintergedanken freudig geben weil Christus sich ganz für uns gegeben hat und wenn Gott uns beschenkt dann sind es überwiegend im geistlichen Bereich manchmal auch im materiellen Bereich aber es ist nicht so wie im alten testament Gorsam bringt materiellen Segen Ungorsam bringt materiellen Schaden sondern es ist vielmehr so dass Gorsam umfassenden Segen gibt vor allem in geistlicher Hinsicht Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben was ihr braucht was wir brauchen und das Materielle ist nicht unbedingt immer das was wir so dringend brauchen wir können schon genügsam sein mit dem was wir haben dann brauchen wir nicht immer mehr 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 Gott unserem Vater gebührt alle Ehre für immer und ewiglich Amen